Bhagavad Gita, Einführung Eine Situation höchster Dramatik Die Bhagavad Gita, das Zwiegespräch zwischen Sri Krishna und seinem Freund Arjuna, findet auf dem Schlachtfeld in einer Situation höchster Dramatik statt. Ein Bruderkrieg steht unmittelbar bevor. Aufgestachelt von Neid und Begehren, Eifersucht und Hass. Erheben die Kauravas Anspruch auf die Herrschaft über das Großreich, den sie unter keinen Umständen aufzugeben gewillt sind, obwohl der Thron ihren Cousins, den Pandavas, zusteht, da diese die rechtmäßigen Erben des verstorbenen Herrschers Pandu sind. Der weise Vedura fasst in einer Strophe des Mahabharata die Stellung der Hauptpersonen zueinander sehr eindrücklich und bildhaft zusammen, indem er den Kauravaspros Duryodhana mit dem großen Baum der Leidenschaft vergleicht. Die Wurzel dieses Baumes ist Duryodhanas eigener Vater, der schwache und urteilslose König Dritarashtra, sein Stamm, der von den Pandavas sich gedemütigt fühlende Karne, sein Geäst, der hinterlistige und boshafte Shakuni, und seine Früchte, der von verderblicher Niedrigkeit gezeichnete Dujasana. Auf der Seite der Pandavas ist Yudhishthira, der Baum der Gerechtigkeit, das im Wurzel Krishna selbst ist. Der Stamm ist der edle Arjuna, das Geäst der mächtige Bhima und die Früchte die wahrheitsliebenden Madri-Zwillinge. Ein Geflecht aus familiären und persönlichen Motiven, Treue und vermeintlichen Verpflichtungen hat selbst Freunde und Lehrer der Pandavas auf die gegnerische Seite getrieben. Es ist ein Kampf um Gerechtigkeit. Das Schlachtfeld von Kurukshetra ist der Ort, Kjetra, um für das kosmische Gesetz Dharma zu kämpfen. Dharma Kjetre Kurukshetre Darauf weist bereits die allererste Strophe der Gita hin. Nachdem Krishnas Vermittlungsversuch bei den Kauravas gescheitert war, bekamen Arjuna und Duryodhana die Möglichkeit, zwischen Krishna als ihrem Wagenlenker und Krishnas Armee zu wählen. Krishna schien lediglich ein mächtiger Erbenfürst zu sein. Von vielen unbemerkt entfaltete er sein göttliches Spiel. 4.7-8 Arjunas Wahrheitsliebe und seine Offenherzigkeit lassen ihn intuitiv die Allmacht und unergründliche Weisheit des Freundes erahnen und er bittet Krishna, seinen Streitwagen zu führen. Für Duryodhana ist nur die Streitmacht von Bedeutung. Damit ist der Kampf im Grunde entschieden. 18.78 1.8